Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, und je nachdem wann ihr das Ganze jetzt seht, seht ihr es vielleicht als Premiere bei den TUX-Tagen 23 oder in meinem Kanal irgendwann später. Dieses Mal geht es um praktische KI-Anwendungen, die ihr auf eurem eigenen Rechner ausführen könnt. Da habe ich jetzt mal fünf Stück rausgegriffen, wobei ich drei davon recycle. Also da habe ich schon mal ein Video in meinem Kanal gemacht und zwei davon sind wirklich neu. Und das gucken wir uns gleich mal an, was es da für Dinge gibt, die man ohne Cloud, ohne Internet wirklich zu Hause betreiben kann. Dieser Abschnitt recycelt was, was ich schon vorher gemacht habe. Wenn ihr dann seht, dass es ein ausführlicheres Video dazu gibt, zu dem Thema, guckt einfach auf meiner Webseite vorbei und schaut euch das in ausführlich nochmal an. Hier gibt es so eine Kurzvariante davon. Es geht dieses Mal darum, wie ihr selbst solche Bilder, wie ihr da Links so generieren könnt und das Ganze auch auf eurem eigenen Rechner, wenn ihr Minimalvoraussetzungen erfüllt. Also eine halbwegs ordentliche Grafikkarte sollte drin sein, damit es nicht ewig dauert, sowas zu generieren. Aber ihr könnt das Ganze zu Hause machen. Jetzt ein kleiner Sprung zu dem, was heutzutage möglich ist und eben auch bei euch zu Hause möglich ist. Diese Text-zu-Bild-Generatoren, die generieren aus Textbeschreibungen, die ihr in englischer Sprache eingebt, Bilder. Und je nachdem, wie das Modell, also das KNN, also das künstliche neuronale Netzwerkmodell dahinter ist, können die Bilder sehr gut aussehen. Es gibt Netze, die für einige spezielle Zwecke optimiert sind. Also die haben sehr viele Trainingsdaten gekriegt von zum Beispiel hier Mikroskop-Bilder. Also das war irgendwie sowas, was mir aufgefallen ist, was so ein bisschen von den anderen eher allgemeinen Netzen abweicht. Und wenn man jetzt ein bisschen Zeit investiert, vielleicht einen guten Prompt, also diese Texteingaben, die man dort macht, diese Beschreibung von dem, was man sehen möchte, heißen Prompts, macht, dann kriegt man vielleicht hier so ein doch relativ fotorealistisches Bild raus, was natürlich nicht der Wirklichkeit entspricht. Also diese Haarpracht hat der Elon Musk, glaube ich, niemals gehabt. Also das ist jetzt so eins von diesen Fake-Bildern, was da rausfällt. Diese künstlichen neuronalen Netzwerkmodelle zum Generieren von Bildern müssen ja mit irgendwas trainiert werden. Üblicherweise werden dafür Bilder aus dem Internet genommen. Es gibt ja Bildersammlungen, die relativ frei sind, die man so verwenden kann. Und mein letzter Stand dazu ist, dass man quasi alle Datenbilder verwenden kann, solange es nicht irgendwie so eine Art Stoppschild davor gibt, dass diese Daten nicht verwendet werden dürften. Ich meine, das ist der letzte Stand der Gesetzgebung bei uns in Deutschland. Von daher sind wir da relativ frei, womit wir diese Netze trainieren können. Man darf allerdings wohl nicht die Bilder länger aufheben zum Trainieren, sondern bloß während der Trainingsphase verwenden und hinterher quasi wieder wegschmeißen. Da diese Modelle mit öffentlich zugänglichen Bildern oder sagen wir mal meist öffentlich zugänglichen Bildern trainiert werden und auch dazu gehörige Bildbeschreibungen existieren, dann kann dieses Modell auf spezielle, ja quasi Eigenschaften, Bildkompositionen trainiert werden. Also letztendlich das, was so ein Kunstschüler machen würde, da guckt sich halt Bilder an von alten Meistern, sagen wir mal Dürer, Rembrandt oder so, guckt sich denn an, wie baut man so eine Szene auf, wie sieht so ein Mensch aus, wie stellt man das insgesamt zusammen, dass so ein stimmiger Eindruck entsteht. Also so ähnlich funktionieren diese Modelle auch. Also die holen sich quasi so einzelne Features aus vorhandenen Bildern raus. Und wenn in der Beschreibung dazu denn drin steht, das ist ein Bild von meinem Hund am Strand, dann wird in diesem Modell quasi abgelegt, aha, diese Komposition ist Hund und Strand. Bei diesen Prompts, diesen Textbeschreibungen könnt ihr sowohl positive Beschreibungen vorgeben. Also das möchte ich gerne in meinem Bild drin haben. Das sind so Stichworte, die dann auch vorkommen in Beschreibung, also so wie Foto, also immer auf Englisch, also hier mit PH und so. Dann so Sachen, die ja eigentlich bloß Stichworte sind, die man aber so nicht generieren kann. Also sowas wie Hyper-Realistic 8K, also eine 8K-Auflösung bei einem gedrehten Bild, das werdet ihr mit eurer Hardware nicht hinkriegen. Ja, ich glaube, man kann sowas kaufen für relativ viel Geld, aber das können sich die meisten halt nicht leisten, sowas zu machen. Also das ist so ein Stichwort, das kann man dazu packen, um dem Netz zu sagen, ich möchte jetzt ein total tolles Bild haben. Und wenn in den Trainingsbildern, in den Beschreibungen oft dieses Stichwort vorkommt, vielleicht auch bloß 8K oder ultra detailed, ultra realistic und sowas alles, dann werden, also dann versucht dieses Netz halt Bildkompositionen zusammenzustellen, die irgendwie besonders realistisch sind, und besonders viele Details enthält, wo jemand, der mal ein Foto gemacht hat, das dazu geschrieben hat. Ich habe jetzt ein total ultra realistisches Bild von meinem Hund am Strunt gemacht. Also das wird so wahrscheinlich nicht drinstehen, aber damit kann man das Ganze in eine Richtung bringen. Neben diesen positiven Prompts kann man auch negative Prompts eingeben. Damit kann man versuchen, Dinge rauszufiltern, die man eigentlich nicht haben möchte. Problematisch sind immer noch, ja, Hände, also die Anzahl von Fingern liegt üblicherweise über 5, also so 5,5 bis 6 ist irgendwie so die übliche Anzahl bei den generierten Händen dabei. Und mit Stichworten wie disfigured, also irgendwie verformt, ugly, seltsam, bad, blöd, mistig oder so, zwei Köpfe, two heads, da kann man versuchen, dem Netzwerk zu sagen, ich möchte jetzt diese Sachen alle nicht haben. Aber ich weiß nicht, wie viele Bilder eine Beschreibung davon haben, wo denn drinsteht, ja, das ist ein Bild von meinem Hund am Strand mit zwei Köpfen. Also ich glaube eher nicht. Von daher funktionieren diese negativen Prompts nicht so wirklich gut. Als normaler Workflow gibt man so einen Haufen Dinger trotzdem mit an und hofft, dass da dann irgendwie was Besseres rauskommt. Aber ob das klappt, ja, es kommt immer drauf an. Kann sein oder eben auch nicht. Probiert es aus. Kommen wir jetzt zu den Sachen, die gut funktionieren. Also was eigentlich immer irgendwie gut aussieht, sind Wasser und Wasserspiegelungen. Und gut aussehen, damit meine ich, es sieht optisch irgendwie sehr nett aus, auch wenn es natürlich nicht realistisch ist. Dieser Elefant müsste eigentlich irgendeine Spiegelung im Wasser hinterlassen und nicht bloß so eine Schaum, so eine Gischt um die Beine drumherum haben. Und ja, diese Lichtbrechung durch das Wasser, durch dieses gekräuselte Wasser, das funktioniert bei dieser Bahnmarkierung, die im Boden wahrscheinlich so gekachelt ist von dem Becken, eigentlich relativ gut. Und das sieht schon irgendwie halbwegs stimmig aus. Wenn das Motiv natürlich jetzt eher realistischer gewählt wäre, nicht Elefant im Schwimmbad, dann könnte man vielleicht, wenn man nicht so genau hinguckt, sagen, okay, gut, das ist wirklich so. Bei den Wasserspiegelungen auf der rechten Seite mit den Bäumen, da, also es ist schon ziemlich gut. Wenn man jetzt wiederum nicht so genau hinguckt, dann würde man sagen, ja gut, oben Baum, im Wasser gespiegelter Baum, das passt schon irgendwie. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer hingucken und wirklich vergleichen, wie der Baum, der auf der Insel wächst und die Spiegelungen im Wasser aussehen, sieht man beim linken Baum sehr schön, dass das überhaupt nicht zusammengehört. Interessant dabei finde ich, dass dieses Netz gelernt, ja, ich sage einfach jetzt mal gelernt, also dass es grobe Zusammenhänge aus Bildern gelernt hat, dass es quasi weiß, was zu diesem Stichwort Wasser zu machen ist, dass es da so Spiegelungen gibt, dass das so zu machen ist und dass es so grob hinkommt mit dieser Spiegelung. Was auch noch gut geht, sind Haare. Das sieht, also ich finde erst mal, es sieht gut aus, auch wenn es wiederum ja sehr, ja, sagen wir mal stylisch ist. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Leute wirklich so rumlaufen, die für Instagram oder andere Kanäle wirklich solche Bilder machen und dann sehen die Haare auch wirklich so aus. Welche Hardware und Software benötige ich dafür? Meine Empfehlung ist aktuell wirklich Nvidia Grafikkarte, also nicht, weil ich Nvidia jetzt so super lieb habe, aber weil das einfach viel besser funktioniert. Neben der Nvidia Grafikkarte, so eine halbwegs aktuelle Gamer Grafikkarte, braucht man auch die CUDA Treiber. CUDA ist so eine Schnittstelle, die Berechnungen auf die Grafikkarte verlagern kann, die man sonst auf der CPU ausführen müsste und auf der Grafikkarte lassen sich einige Algorithmen halt viel, viel schneller berechnen, als wenn ich das auf der CPU machen würde. Allein weil so eine Grafikkarte sehr viele einzelne Kerne hat, die zwar sehr speziell sind, aber es gibt sehr, sehr viele. Das braucht man einmal für 3D-Spiele und Raytracing, aber man kann es eben auch für diese KI-Algorithmen verwenden. Es gibt verschiedene Oberflächen. Ich würde euch empfehlen, die Stable Diffusion Web UI zu nehmen. Die ist zwar insgesamt etwas komplizierter, aber man kann sehr viele tolle Sachen damit machen. Mit dieser Oberfläche, diese Stable Diffusion Web UI Oberfläche. Wir probieren es einfach mal aus. Ich habe jetzt diese Parameter genommen, die ich auch zum Generieren von diesem Bild, was ganz am Anfang war, worum es bei meinem Vortrag geht oder wie der Titel davon ist. Das ist Penguin Beautiful Fairy Tale Landscape. Also Pinguin-Bild mit einer wunderschönen Feenlandschaft. Also so ein bisschen Fantasy Zeugs wollte ich dabei reinhaben. Dann gucken wir einmal, was uns da so erwartet. Hier steht dann auch drin, wie lange das dauert und was hinterher dabei rauskommt. Zwei Bilder sind generiert worden. Damit geht das relativ zügig in der Auflösung, größere Auflösung, längere Rechenzeit. Mehr Bilder erstellen dauert natürlich auch länger. Dann kann ich hier draufklicken und dann kriege ich nochmal hier diese beiden generierten Bilder da angezeigt und groß. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Wir hatten ja schon gesehen, dass dieses mitgelieferte Stable Diffusion 1.5 Netz nicht so toll ist. Und wo bekommt ihr jetzt bessere her? Aus dem Internet natürlich, das ist klar. Man kriegt zum Beispiel von dem Hersteller Hacking Face.co. Daneben gibt es auch noch Civitai.com, also Bürgerkünstliche Intelligenz mit sehr vielen Dingen. Da muss man sich anmelden, also registrieren, kann man kostenlos machen und dann kann man sehr viele von diesen Netzen runterladen und auch nutzen. Oder wenn man selbst Netze trainiert haben sollte, kann man die dort auch wieder hochladen, um die der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Da gibt es üblicherweise auch Beispielbilder, sodass man sofort sieht, aha dieses Netz kann irgendwas besonders toll und bei einigen von den Bildern steht auch dabei, mit welchem Prompt und mit welchen Parametern dieses Bild generiert wurde. Diese Seite ist allerdings nicht unbedingt jugendfrei, die fällt zwar standardmäßig mit so einem Filter raus, sodass man nicht unbedingt nackte Menschen sieht in den generierten Bildern, aber das ist durchaus vorhanden. Was, was wirklich neu ist, was ich dieses Mal das erste Mal in so ein Video reinpacke, ist Kobold CPP. Das ist eine Sprach-Chat-KI, mit der ihr mit fiktiven Charakteren Gespräche führen könnt. Das ist durchaus interessant. Man kann damit auch Spiele spielen, also so Adventures und sonst was. Man kann das auch so wie Chat-GPT verwenden. Ja, aber insgesamt sollte man dem keinen allzu großen Wahrheitsgehalt beimessen. Von daher würde ich sagen, das ist eine lustige, interessante Sache, die man mal machen kann, sich wirklich mit fiktiven Charakteren zu unterhalten, die sich bis zu einem gewissen Grad auch an ihre Rolle halten. Also es kann interessant sein, vielleicht auch zur Ideenfindung, aber bitte nicht verwenden, um damit irgendwelche Aufsätze zu schreiben oder wirklich harte Fakten zu recherchieren. Wie der Name so ein bisschen verrät, ist Kobold CPP in C und C++ geschrieben und deswegen müssen wir das Ganze vor dem Starten einmal kompilieren. Diese Pakete brauchen wir, um die Software zu bauen und auch hinterher zu installieren und auch zum Ausführen. Und Git brauchen wir, damit wir die Software runterladen können, beziehungsweise den Quelltext davon. Zuerst holen wir uns mit Git den Quelltext aus dem Repo, gehen in das Verzeichnis rein und dann bauen wir das mit diesen Einstellungen hier. Make ist so ein Programm, womit Programme gebaut werden, also das vergibt Aufgaben an andere Programme. Das ist quasi so eine Bauanleitung, die Make abarbeitet und hinterher werden ausführbares Programm, wenn alles funktioniert. Mit "-j", sagen wir, dass alle CPU-Kerne ausgelastet werden sollen, also dass gleichzeitig auf N-Kernen kompiliert werden sollen, beziehungsweise in N-Threads und dann geht das Bauen halt deutlich schneller. Da haben wir noch zusätzliche Parameter, wie das Ganze zu bauen ist. Das ist jetzt die Vollausbau-Version. Da haben wir einmal diesen Parameter hier, das steht für Blas, Basic, Linear, Algebra, Subroutines. Die braucht man dafür, die kann man aber auch irgendwie ausmachen. Dann läuft es wahrscheinlich deutlich schlechter, also von daher, das sollte man immer aktivieren. Und dann gibt es hier zwei Varianten für die Beschleunigung, also OpenCL. Das wird von sehr vielen Plattformen unterstützt, auch von Nicht-NVIDIA-Plattformen. Dafür steht das CL hier, für OpenCL. Und dann gibt es hier noch CU, also für CUDA, das ist für die NVIDIA-Grafikkarten. Ihr könnt diese Parameter beide aktiv lassen, unabhängig davon, was ihr verwendet. Wenn ihr ein bisschen mehr Informationen dazu haben möchtet, zu dem Cobalt CPP, guckt gerne mal da rein. Da steht auch drin, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Aber letztendlich braucht ihr bloß das hier zum Kompilieren. Dann erstmal grundlegend zu diesen Sprachmodellen. Es gibt sehr viele verschiedene Sprachmodelle, die ja oftmals mit sehr großen Textdatenbanken trainiert wurden, mit unterschiedlicher Qualität. Da steht auch sehr viel Unsinn drin. Und diese Modelle versuchen, aus diesen Texten Informationen abzuleiten, die generell sind. Und dadurch bilden sie so unscharfes Wissen. Und da kommt auch sehr viel Quatsch nachher bei raus. Für diese Modelle ist es mehr oder weniger Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo Wortzusammenhänge ja irgendwie dargestellt werden. Und ja, als Ergebnis kriegen wir zum Beispiel verblüffende Texte. Und es kann durchaus interessant sein. Aber das sind wirklich bloß Wahrscheinlichkeiten. Und bei jedem Durchlauf, wo man so ein Sprachmodell anwendet, kommt auch unterschiedliches Zeugs raus. Es gibt verschiedene Modelle bzw. Modelltypen in verschiedenen Formaten, wobei Kobold CPP sehr viele verschiedene unterstützt. Da ist, glaube ich, jetzt nochmal wieder was dazugekommen. Und die meisten Modelle, die so öffentlich verfügbar sind, könnt ihr mit Kobold CPP ausführen und nutzen. Es gibt sehr viele Modelle, die überwiegend mit englischen Texten bombardiert wurden. Überwiegend deswegen, weil dann auch mal ein paar von anderen Sprachen auch reingerutscht sind. Und naja, Englisch können die meisten halt, würde ich sagen, schon sehr gut. Also es klingt sehr gut, was da als Text rauskommt. Aber wenn man jetzt versucht, so ein Modell, was deutsches zu entlocken, kommt normalerweise auch was raus. Aber es ist deutlich schlechter vom Ausdruck her und auch vom Allgemeinen her. Also es passt dann vielleicht nicht so gut in das Gespräch rein oder vergisst dann Dinge oder sonst irgendwas. Von daher, nehmt lieber ein deutsches Modell, wenn ihr deutsche Texte haben wollt. Und ein englisches, wie zum Beispiel dieses hier. Das könnt ihr unten auch runterladen. Das ist wiederum sehr erstaunlich, was da teilweise rauskommt. Auch wie variantenreich die Antworten sind. Auch wenn sie teilweise wirklich absoluter Unfug sind. Aber es liest sich sehr gut und ja, es ist durchaus interessant, damit mal rumzuspielen. Und was mir bei diesen Netzen immer wichtig ist, ich möchte immer ein unzensiertes Modell haben. Denn bei ChatGPT und anderen zensierenden Modellen, da kriege ich sehr häufig so ein Stoppschild. Also auch unabhängig davon, ob ich jetzt irgendwas gefragt habe, was jetzt irgendwie anstößig ist oder sonst irgendwas. Da kommt irgendwie so der Jurist hochgesprungen und sagt, nein, ich bin ein KI-Modell. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ich weigere mich an dieser Stelle. Und das habe ich sehr häufig erlebt bei diesen zensierten Modellen, wo sehr viel von vornherein ausgefiltert wird. Schon allein beim Zusammenstellen bei diesen Textdatenbanken. Also die saugen erstmal ganz viele Texte ein. Und da wird sehr viel weggefiltert, wenn da ein falsches Wort drin ist. Auch wenn das in dem Zusammenhang vielleicht etwas komplett anderes bedeutet. Also von daher ein unzensiertes Modell finde ich immer besser. Dann gibt es auch extra deutsche Sprachmodelle, die mit deutschen Texten trainiert wurden und deswegen eine höhere Qualität bieten als diese generellen englischen Modelle. Da habe ich jetzt mal geguckt bei Hugging Face. Also das ist so eine Webseite. Das ist eure Anlaufstelle, wenn ihr das erste Mal mit dem Thema in Berührung kommt. Und dort gibt es sehr viele Modelle und nicht nur für Sprache, sondern auch für Bildgenerierung und sehr viele andere Themen auch. Wenn ihr jetzt ein deutsches Modell haben möchtet, könnt ihr das hier drüber machen. Und dann bekommt ihr jetzt Modelle aufgelistet, die nur Deutsch können oder auch Deutsch können. Und die jetzt gerade besonders angesagt sind. Ich habe da mal ein Modell rausgesucht. Das ist das hier. Das ist auch sehr umfangreich. Und ja, das ist auch wieder sehr interessant, was man damit machen kann. Und Download ist direkt hier. Und diese Datei braucht ihr. Die könnt ihr denn mit Cobalt CPP auch wirklich benutzen. Wenn ihr euch jetzt für irgendein Sprachmodell entschieden habt, was für euch irgendwie gut aussieht, dann möchtet ihr das Ganze natürlich auch mit Cobalt CPP verwenden. Der Aufruf sieht dann ungefähr so aus. Also wir brauchen Python 3. Damit starten wir dieses Skript hier. Da werden ein paar andere Sachen noch mit gebastelt. Auch diese C++ Teile, die kompiliert sind, die werden da irgendwie mit ausgeführt. Aber wir brauchen leider auch noch Python dafür. Dann können wir hier wiederum angeben, ob wir Cublass oder was anderes verwenden wollen, um das zu beschleunigen. Das ist wiederum die Variante für CUDA. Dann gibt es hier einen Parameter, der Smart Context heißt. Da werden Teile von vorangegangenen Gesprächen zwischengespeichert, sodass ähnliche Antworten von dem Netz nicht nochmal komplett neu berechnet werden müssen. Also damit geht die Berechnung deutlich schneller. Ihr bekommt schneller eine Antwort. Ja, also das lohnt sich irgendwie, diesen Parameter zu setzen. Dann kann man über GPU-Layers eine bestimmte Anzahl von Ebenen in diesem Netzwerk, in diesem Modell, auf die Grafikkarte auslagern. Je nachdem, wie viel Grafikspeicher ihr habt, könnt ihr mehr oder weniger von diesen Layern draufpacken. Und dann ist die Beschleunigung deutlich höher, als wenn jetzt ein Teil in dem Arbeitsspeicher, in eurem normalen Arbeitsspeicher ist und durch die CPU gerechnet wird. Dadurch wird das deutlich schneller. Da müsst ihr euch einfach mal rantasten, welcher Wert hier besonders gut ist. Bei mir passen 22 Ebenen rein, in den Speicher meiner Grafikkarte. Und ihr merkt das mehr oder weniger sofort, ob dieser Wert zu hoch ist. Dann stürzt Cobalt CPP komplett ab. Oder spätestens dann, wenn ihr ein Chat startet. Und am Ende gehen wir noch an, welches Modell wir verwenden möchten. Entweder so eins hier oder ein anderes. Und die Anzahl von diesen Ebenen kann auch abhängig sein von dem Modell, was man benutzt. Ja, und mit 22 hat es bei mir ganz gut geklappt. Danach fährt ein Web-Server hoch, über den ihr zugreifen könnt. Und die Web-Oberfläche ist auf Localhost 5001 zugänglich. Ihr könnt diese Modelle unterschiedlich betreiben. Also das ist auch so ein bisschen abhängig von dem Modell, wie das Ganze gedacht ist. Ihr könnt so einen Anweisungsmodus verwenden, wo ihr erstmal so einen Block hier festlegt, wie das Ganze funktionieren soll. In diesen Modellen ist sehr, sehr viel drin, sehr viel, ja sagen wir mal ganz grob Wissen ist da drin. Und über so einen Anweisungsblock, bevor ihr loslegt, könnt ihr das konfigurieren, wie dieses Modell sich verhalten soll. Das kann man zum Beispiel so machen, das ist eine Syntax über hier Rauten Instruction. Und dann sagt man so Anweisungen, wie gebe mir Informationen über die geschichtliche Entwicklung von Paris oder sowas. Und dann kann man jetzt hier Eingabebeispiele machen unter Input und Beispiele für die Ausgabe. Also sowas wie eine Frage, wie hoch ist der Eiffelturm? Und dann würdet ihr unter Response hier einen Text schreiben mit, der Eiffelturm ist so und so hoch. Irgendwie sowas. Und dann macht ihr mehrere Fragen und Antworten Paare. Und dann weiß dieses Modell eher, wie es reagieren soll. Oder beziehungsweise Kobold CPP gibt dann dem Ganzen eine Richtung, wie sich dieses Modell verhalten soll. Und dann bekommt man was Besseres raus, hofft man jedenfalls. Oftmals funktioniert es erschreckend gut, aber es kommt in Zahlen und sonst welchen Informationen sehr viel Mist raus. Was erstmal gut klingt, aber Quatsch ist. Dann gibt es auch noch den Chat-Modus, mit dem ihr mit fiktiven Charakteren Gespräche führen könnt. Und ihr gebt quasi so eine Rollenbeschreibung vor. Also vielleicht wie in einem Rollenspiel oder im Theater, wo man sagt, naja, das ist jetzt der König von sowieso. Und der ist ein arroganter Typ und der führt gerne Krieg und sowas. Und das andere ist sein Hofner, der ist immer lustig drauf, aber manchmal auch betrübt oder so. Also solche Dinge gibt man hier vor als Rollenbeschreibung. Dann kann man noch unter Summary irgendeine Geschichte erzählen, irgendwelche Szenen beschreiben, in denen man sich gerade befindet und so weiter und so fort. Also man gibt so grob für ein Theaterstück Rollen vor und das Bühnenbild und so ein bisschen die Ausgestaltung, so ein bisschen Hintergrundinformationen. Und dann lässt man die Schauspieler teilweise so ein bisschen von der Leine. Also die machen den Freestyle irgendwas da draus. Das kann sehr interessant sein und eine von diesen Charakteren übernimmt man denn selbst. Also man kann jetzt hier den König spielen oder den Hofnarren. Und das ist durchaus interessant, was da rauskommt. Und als Anwendungsbeispiel kann ich mir dafür vorstellen, dass man sowas nimmt, wenn man jetzt Autor ist und an irgendeiner Stelle mit der eigenen Geschichte nicht weiterkommt. Aber so eine grobe Vorstellung hat, naja, der Charakter, der verhält sich übrigens normalerweise so. Und ich weiß jetzt aber nicht, wie ich die nächste Szene machen soll. Dann kann man sich mit dem Charakter zusammensetzen und ein interaktives Gespräch führen. Und dabei kommen vielleicht wirklich sehr interessante Ideen raus, die man denn in der eigenen Geschichte weiterverwenden könnte. Also das klappt vielleicht ganz gut. Und wenn beim ersten Mal bloß Mist rauskommt, na gut, dann startet man das Ganze nochmal neu, würfelt alles nochmal durch und nimmt wieder genau dieselbe Rollenbeschreibung, aber bekommt ein komplett anderes Gespräch dabei raus. Also es ist wirklich jedes Mal auch was anderes. Ja, also vielleicht so ein kreativitätsunterstützendes Werkzeug. Als so ein kleines Beispiel dachte ich mal, ich mache jetzt ein Interview mit Professor Moriarty, bekannt aus den Sherlock Holmes Romanen. Und da habe ich so ein paar Informationen hier vorgegeben. Es ist wirklich nicht viel. Ich werde das auch auf Deutsch probieren. Dasselbe findet ihr auch nochmal hier. Besser umgebrochen als da. In der Vorschau passt es gerade noch. Da habe ich jetzt grob vorgegeben, einmal den Reporter. Das ist der Reporter des Trend Magazines. Das ist übrigens die Zeitschrift, in der das erste Mal diese Sherlock Holmes Geschichten erschienen sind. Die nehme ich jetzt einfach mal. Das mag sein, dass in diesem Text Wust in der Datenbank, was dazu steht, dass es da schon so eine Verknüpfung zu anderen Dingen gibt, könnte interessant werden. Und dann haben wir natürlich noch Professor Moriarty, der ein verbrecherisches Genie ist. Der Napoleon des Verbrechens und natürlich der größte Widersacher von Sherlock Holmes. Die Situation ist folgende. Professor Moriarty gibt dem Reporter ein Exklusivinterview. Das macht er normalerweise nicht, um mal seine Sicht auf seine größten Verbrechen darzulegen. Also der darf jetzt einmal aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, was für ein toller Typ er ist. Und was für super Verbrechen er begangen hat. Und was Sherlock Holmes eigentlich für ein Trottel ist. Irgendwie so. Das könnte dabei rauskommen. Es könnte aber auch was komplett anderes dabei rauskommen. Gucken wir mal, was da jetzt passiert. Wenn wir jetzt die Oberfläche von Kobold CPP öffnen, dann sieht das so aus. Hier ist die Adresse, also localhost 5001. Und dann suchen wir uns eine Beschreibung aus. Also im JSON-Format, beziehungsweise so eine Charakterkarten-Datei. Aber das Ganze funktioniert auch mit einer einfachen Textdatei, so wie ich das vorbereitet habe. Da gehe ich hier drauf und das seht ihr jetzt zwar nicht, aber ich öffne jetzt diese Moriarty.txt-Datei. Und dann werde ich gefragt hier, ob ich das als reinen Text importieren möchte, weil das eben nicht dem Format entspricht, was sie eigentlich gerne hätten. Da sage ich hier Yes. Dann wird das hier reingeladen als reiner Text. Das ist aber noch nicht aufgeteilt. Darum sage ich hier über Settings und die Art und Weise beim Format. Also ich möchte den Chat-Mode verwenden. Und da gebe ich an, mein Name, der ist einfach Reporter. Also mein Charakter heißt jetzt so. Und Moriarty. So, und ich möchte das Ganze im Messenger-Typ haben. Dann ist das schon mal so ein bisschen eingeteilt. Also ich habe hier, ja also Mode ist jetzt so, Reporter ist so, Moriarty ist da und Summary ist so. Also das wird jetzt schon mal anders interpretiert, dadurch, dass ich gesagt habe, was davon ist jetzt ein Charakter und was ist zusätzliche Information. So, und jetzt kann ich hier unten anfangen. Ich freue mich, komme sie einmal persönlich zu treffen. Irgendwie so. Mal gucken. Und jetzt tippt Moriarty hier fleißig rum. Also beziehungsweise tippt natürlich nicht, danke für die freundlichen Worte. Aber ich muss sagen, sie scheinen sehr überrascht zu sein. Das passt jetzt nicht unbedingt zu dem Rollenmodell, aber, also eigentlich müsste der ja weitere Eigenschaften kriegen, wie der ist sehr herrisch und herablassen und irgendwie sowas. Aber das weiß Kobold CPP nicht. Das müsste ich wahrscheinlich nochmal deutlich genauer hier eintragen in Summary oder auch dabei. Wenn ich jetzt mal frage, was war ihr größter Triumph gegen Sherlock Holmes? Mal gucken. Nun, es gab sicherlich einige erfolgreiche Pläne, aber derjenige, an den sie wohl denken, ist mein Plan schwarz-weiß. Nicht wahr? Schwarz-weiß. Sagt mir jetzt gar nichts. Also, ähm, ich kenne die Sherlock Holmes Romane irgendwie so halbwegs. Also schwarz-weiß sagt mir jetzt gar nichts. So, jetzt möchte ich mal gucken, was da rauskommt, wenn ich jetzt mehr zu schwarz-weiß wissen möchte. Es handelte sich um eine Bombe, die geplant war, in einer großen Menschenmenge hochzugehen, genau zu der Zeit, als das Parlament in London zusammentrat. Hätte das funktioniert, hätten wir einen Krieg zwischen England und Frankreich ausgelöst, was wiederum dazu geführt hätte, dass ganz Europa in Flammen aufging. Also, es passt schon irgendwie in das Rollenmodell rein und so ähnliche Dinge gab es, glaube ich, nicht unbedingt bei den Original-Sherlock Holmes Romanen, aber doch, das passt schon rein. Vielleicht jetzt die Frage, warum hat das nicht geklappt? Der Fehler lag im Detail. Statt eines bestimmten Codes hatte ich bei diesem Mal eine versteckte Botschaft verwendet. Nur leider konnte Sherlock dieses Rätsel lösen, bevor die Bombe explodierte. Hm. Ja, kleiner Brottipp für angehende Verbrecher, niemals irgendwelche Botschaften hinterlassen, die jemand anders entschlüsseln könnte. Ja, und in der Art und Weise könnte man jetzt sehr lange solche Gespräche führen. Also, das ist im Moment ja noch relativ konsistent, aber ab einer gewissen Zeit kommt mir das immer so vor, als ob diese Gespräche in eine Richtung abdriften, wo dieses Rollenmodell, was ja am Anfang vorgegeben wurde, oder auch was in diesem Gesprächsverlauf besprochen wurde, keine großartige Rolle mehr spielt. Also, die KI geht in irgendeine Richtung, driftet komplett ab und dann kommt sie mit ihrem Mumpitz bei raus. Aber man kann natürlich auch immer so ein bisschen gegensteuern, indem man Fragen stellt oder dann sagt, naja, das stimmt so nicht und das war so und so und so. Und dann kriegt man die KI auch wieder auf die Schienen gesetzt. Das klappt schon, aber man muss hin und wieder auch mal so Informationen einstreuen, was da passiert ist und vielleicht auch mal Worte wiederholen, wenn das auf einmal komplett in eine andere Richtung geht. Also, wenn Moriarty jetzt anfängt, über Kochrezepte zu reden, muss man ihm vielleicht nochmal sagen, ach ja, übrigens, wie war es eigentlich in ihrer Zeit, als sie noch das größte Verbrechergenie waren und der Napoleon des Verbrechens und so weiter. Und dann bekommt man es vielleicht wieder in die Richtung gedrängt, wo man es eigentlich hinhaben möchte. Ja, so viel dazu. Probiert das mal aus. Das ist durchaus interessant. Nehmt es als interessante Fiktion, aber nicht als Wirklichkeit. Das ist wie ein interaktiver Roman vielleicht, wo jedes Mal was komplett anderes rauskommt oder wie so ein Holodeck oder so im Textform. Textform. Durchaus interessant und ja, probiert es aus. Wenn ihr jetzt zu unkreativ seid, euch irgendwas Sinnvolles auszudenken oder überhaupt irgendwas auszudenken, dann habe ich hier nochmal ein weiteres Szenario vorbereitet. Das ist der allwissende Computer. Ich habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen von so einer Science-Fiction-Serie, wo sich ein Android, der Info heißt, mit einem Computer unterhält. Und dieser Computer ist allwissend, ist in einem Raumschiff drin und gibt gerne lange Antworten, auch zu schwierigen Sachverhalten und spekulativen Ereignissen. Ja, Info und der Computer unterhalten sich über verschiedene Themen und der Computer ist immer hilfreich. Da könnt ihr einfach irgendwas ausprobieren und bekommt die dollsten Antworten raus, die natürlich überwiegend auch Quatsch sind, aber durchaus vielleicht ganz lustig oder macht irgendwas Eigenes. Der nächste Abschnitt, den habe ich schon mal vorbereitet. Da habe ich schon mal vor einiger Zeit ein Video zu gemacht. Da geht es darum, wie man Bilder hochskalieren kann mit KI-Algorithmen. Das nennt sich Upscaly und dabei ergänzt so ein neuronales Netzwerk Bildbestandteile. Also das denkt sich was aus und macht da die Bilder größer. Das Ganze fand ich so interessant, dass es eine von meinen Anwendungen im Jahre 2022 war. Upscaly. Das ist eine Anwendung, die lokal auf eurem Rechner läuft und Bilder hochskaliert. Wir kennen das wahrscheinlich alle aus irgendwelchen dubiosen Krimiserien und anderen Filmen, wo denn auf wunderbare Seite so ein ganz kleines Briefmarken, großes Bild hochskaliert wird und auf einmal erkennt man den Täter. Das klappt natürlich nicht in der Realität. Aber man kann durch ein neuronales Netzwerk, was darauf trainiert ist, einfach Details erfinden lassen. Also das verwendet statistische Methoden und denkt sich einfach Pixel aus, die an die Stelle höchstwahrscheinlich passen würden. Und das klappt mehr oder weniger gut. Und es gibt verschiedene Modi für verschiedene Arten von Bildern. Also es gibt einmal quasi normale Fotobilder, dafür gibt es eine Variante und dann gibt es auch für Comics, quasi Mangas, digitale Kunst. Dafür gibt es so einen Modus und dann gibt es auch noch so einen Schärftenmodus. Das kann man darüber machen. Ja, wenn ich Upscaly jetzt einfach mal gestartet habe, ist das schon die Oberfläche hier. Mehr ist da wirklich nicht dabei. Ich habe hier meinen ersten Schritt. Ich suche mir ein Bild aus. Als nächstes setze ich im zweiten Schritt noch die Art von diesem Bild. Ist das ein allgemein so ein Foto? Es könnte aber auch digitale Kunst sein oder ob ich das Bild schärfen möchte. Und hier gebe ich noch an, wo ich das Ganze speichern möchte. Ich habe hier unter Temp Testbilder meine Testbilder drin und dort wird auch die Ausgabe hingeschrieben. Ja, dann klicke ich bloß noch hier drauf auf Upscale und dann dauert das so ein bisschen. Es macht Magie. So, das hier ist es denn, das Ergebnis. Ich habe auf der linken Seite mein Original, also unverändert. Und auf der rechten Seite das, was das neuronale Netzwerk draus macht. Also was dabei auffällt ist, diese Körnung hier, die im analogen Medium einfach drin ist, die ist deutlich reduziert. Und wenn ich jetzt den nächsten Modus hier mal nehme, ich mache jetzt hier mal Sharpen Image. Das dürfte auch noch ganz gut dazu passen. Jetzt mache ich dasselbe nochmal. Dann macht es wieder Magie. Das ist jetzt das Ergebnis von diesem Schärfen-Modus. Und, ähm, ja, hm, ist das jetzt so viel schärfer? Also ich würde erst mal sagen, nein. Also vielleicht ein ganz kleines bisschen. Und diese Filmkörnung hier, die ist weniger verwaschen als beim anderen Modus. Whisper ist eine Spracherkennung. Also ihr gebt irgendeine Tondatei vor. Das kann auch ein Video sein. Und Whisper erkennt mit neuronalen Netzwerken, was dort gesprochen ist. Und macht daraus eine Textdatei in verschiedenen Formaten. Ausführliches Video dazu gibt es in meinem Kanal. Informationen dazu findet ihr hier. Erstmal grundlegend, was Whisper ist. Also das ist eine freie Spracherkennung von OpenAI. Also der Firma, die eigentlich nicht für freie Software so bekannt ist, die sowas wie Chat-GPT macht und dafür natürlich Geld haben möchte. Diese Spracherkennung kann aus Audiospuren von Videodateien oder auch aus Tondateien so ganz allgemein, also Wave-Dateien, MP3 und was es noch so alles gibt, die Sprache, die da drin vorkommt, in Text umwandeln. Dabei kann man aussuchen, welche Ausgabeformate man gerne hätte. Also Textdateien kann man damit erstellen lassen oder auch Untertiteldateien im SRT-Format. Und das Ganze sogar in zwei verschiedenen Varianten. Denn über Whisper kann man automatisch auch noch die erkannte Sprache auf Englisch übersetzen lassen. Und das ist ganz praktisch, wenn man ein Video auf Deutsch aufgenommen hat und dann vielleicht ein etwas internationaleres Publikum hat. Kommen wir zur Installation. Unter einem Debian-System oder unter Ubuntu müsste es genauso funktionieren. Installiert ihr als Root-Benutzer folgende Pakete. Dann verlassen wir den Root-Nutzer und machen als normaler Nutzer weiter. Wir legen uns erstmal ein. Dann, wie verwenden wir das Ganze? Das Ganze läuft über Kommandozeile, also mit Kommandozeilen-Parametern sagen wir den Whisper, was wir machen möchten. Ich habe das hier mal so ein bisschen aufgeschlüsselt. Und als erstes machen wir so ein Ausgabeverzeichnis. Dann haben wir hier Whisper, also das Kommandozeilen-Programm, der Befehl zum Ausführen. Und dann geben wir verschiedene Dinge an. Was kommt da insgesamt raus? Also die Übertragung von dem Ton zu Text funktioniert extrem gut. Das hier ist der Link zu unserem Software-Freedom-Day-Video, den wir mal ganz schnell während unserer Kieler Open Source und Linux Tage aufgenommen haben und wo Jean Dinge erzählt. Und ich mache eigentlich bloß Grimassen dazu, weil ich auch irgendwie keinen Text hatte. Von daher war es ganz praktisch. Und das hier ist dabei rausgekommen. Also insgesamt ist es sehr gut. Also es stimmt eigentlich alles. An einer Stelle dachte ich, hä, das müsste ein Fehler sein. Aber nein, das hat Jean wirklich so gesagt. Was allerdings nicht erkannt wird. Also wir genießen gerade den Software-Freedom-Day mit Trucks, also Tux, der Pinguin von Linux, das Maskottchen. Das heißt hier nicht Trucks. Komischerweise funktioniert das Ganze in der Übersetzung. Da steht wirklich Tux, also Tux, der Pinguin. Das funktioniert da. Keine Ahnung, wie das Netz das an der Stelle macht. Wahrscheinlich über irgendwelche Wahrscheinlichkeiten. dass es da an der Stelle Tux heißen soll und nicht Trucks LKW. Dann, was nicht wirklich gut funktioniert, sind so weitere Eigennamen, sage ich mal. Also guckt euch das Video an. Also da steht so ein Spiel-Laptop und da läuft Super Tux Card. Also so ein Autorennspiel für Kinder bei. Und da macht das dann auch wieder Trucks draus. Also Tux, Trucks und so weiter. Und Kart, also Karten wie Kartenspiel, ist natürlich auch falsch. Und es ist auch nicht, also es ist auch nicht deutsch. Und in der Übersetzung ist Tux wieder richtig. Aber Kart wie Kartenspiel ist auch wieder drin. Insgesamt aber eine ziemlich gute Leistung. Jetzt nochmal was Neues. Das ist R-Noise. Also rekurrentes neuronales Netzwerk. Das gibt es natürlich auch auf Englisch, aber im Deutschen passen die Buchstaben auch mal dahin. Und Noise ist halt Lärm. Das ist ein Netzwerk, um Rauschen zu unterdrücken, ungewollte Nebengeräusche auszufiltern, so dass man hinterher die Sprache, die in so einer Aufnahme drin ist, sehr gut verständlich hat. Darauf ist das Ganze trainiert. Das funktioniert auch sehr gut. Verfälscht die Sprache natürlich ein bisschen. Klingt vielleicht irgendwann ein bisschen unnatürlich, wenn man es übertreibt. Aber es ist durchaus ein sehr interessantes Werkzeug, was auch eher schlechte Sprachaufnahmen retten kann. R-Noise gibt es auch als OBS-Plugin. Das ist die Software, womit ich gerade das Video aufnehme. Aber wenn man jetzt einen Filter auf die Audiospur gesetzt hat, dann macht man ja quasi die Original-Audiospur auch kaputt. Die ist schon mal nachbearbeitet, was weitere Nacharbeiten erschwert. Von daher würde ich eher empfehlen, solche Plugins und solche Audio-Filter eher in der Nachbearbeitung, im Videoschnittprogramm oder auch in der Extra-Audio-Bearbeitung zu machen und nicht beim Aufnehmen anzuwenden. Weil euch dadurch Möglichkeiten verloren gehen, die ihr denn vielleicht nachher gerne gehabt hättet. R-Noise ist ein Audio-Plugin in verschiedenen Formaten. Also das gibt es für verschiedene Plattformen und je nachdem, welche Anwendung ihr verwendet, braucht ihr mal das eine Plugin-Format, mal das andere. Gucken wir uns jetzt die Installation von den Plugins an. Kleine Änderung zu dem, was ihr gerade eben gesehen habt, ist, die Verzeichnisse, wo die Plugins im System abgelegt werden, musste ich hier noch anlegen, auf der VM, weil ich da noch keine LV2- und LATSPA-Plugins installiert hatte. Der Rest ist genauso wie in den Folien drin. Von daher führe ich das jetzt einmal aus. Das ist quasi ein Skript. Da muss ich dann einmal Root-Rechte angeben für alle Teile, wo hier sudo gebraucht wird. Also da brauche ich Systemrechte temporär. Und dann wird es jetzt runtergeladen, entpackt und verschoben. Genau. Da ich das schon mal vorher gemacht habe, ist das da schon drin und, naja, ignoriert das einfach. Jetzt kann ich mir ein Audio-Programm aussuchen, was diese Plugins verwendet. Zum Beispiel Audacity. In Audacity kann es sein, dass Plugins auch nicht aktiviert sind oder diese Audio-Filter. Damit wir wirklich alle haben, gucken wir erstmal hier, ob es da schon drin ist. Aber nein, das sieht nicht so aus. Also einmal hier oben drauf gehen. Und dann haben wir hier eine Liste mit allen Plugins, die drin sind, also die Audacity erkannt hat. Und da haben wir einmal Anzeigen, alles. Das sind die, die überhaupt alle da sind. Dann haben wir Deaktiviert, Aktiviert, Neu. Und bei Neu gibt es jetzt hier LibRnNoise. Das ist Neu. Und das müssen wir einmal aktivieren. Dann ist es auch Raus da. Und dann haben wir das hier auch nochmal Aktivieren. Okay. So. Und jetzt haben wir hier unten irgendwo da... Da haben wir das jetzt drin. Und da haben wir das auch nochmal drin. Also das eine ist die LATS-Version. Das andere ist die LV2-Version. Und ja, das hören wir uns jetzt gleich mal an, was das so macht. Ich habe dafür mal eine Datei vorbereitet, was gerauscht ist. Also was schon im Original rauscht. Das ist von einem Live-Vortrag, den ich gemacht habe. Und da hören wir jetzt mal so rein. Der noch ein bisschen mehr. Hacking-Face ist so eine Gemeinschaft mit denen, also wo Netzwerke ausgetauscht werden. Also man hört es, das hat so ein gewisses Grundrauschen da drin und auch irgendwie so ein Brummen. Und da gucken wir jetzt mal, was man da jetzt rausholen kann. Einmal alles markieren. Und ich habe hier bloß eine Monospur. Also reicht mir prinzipiell auch das hier. Und da kann ich jetzt einmal Wiedergabe starten machen. Das ist eine Gemeinschaft mit denen, also wo Netzwerke ausgetauscht werden, trainierte Netze. Und ja, wo man sich wieder zu finden. Also das ist schon... Der noch ein bisschen mehr Hacking-Face ist so eine... Also dieses Grundrauschen und auch dieses Brummen, was da drin ist, das ist dadurch weg, aber es klingt dadurch auch etwas künstlicher. Also die Stimme wird schon, ich würde sagen, besser verständlich. Aber es fehlen natürlich Teile von dem Natürlichen. Also diese Umgebungsgeräusche sind dadurch komplett weg oder sehr stark ausgefiltert. Und wenn ich jetzt einmal sage hier anwenden, dann sieht das schon viel, viel sauberer aus. Und wenn ich das jetzt einmal kopiere, also in die Zwischenablage, mache ich das hier einmal rückgängig. Und jetzt füge ich nochmal das andere ein. Also dann habe ich einmal hier unten die gefilterte Version und oben die Original-Version. Und jetzt kann ich zwischen beiden Varianten so ein bisschen mischen, dass ich vielleicht einen Teil von dem Original mit dazu nehme, dass es nicht ganz so künstlich klingt. Ich sehe noch ein bisschen mehr, Hacking-Face ist so eine Gemeinschaft, mit denen, also wo Netzwerke ausgetauscht werden, trainierte Netze und wo man sich viel dazu findet. Das ist ein toller Startpunkt dazu. Ja, also darüber könnt ihr denn eine Menge machen. Also es klingt so ein bisschen unnatürlich, aber man kann es doch besser verstehen, würde ich sagen. Wenn ihr jetzt noch mehr KI-Videos von und mit mir sehen möchtet, habe ich dazu schon mal ein bisschen was gemacht. Guckt einfach auf meine Webseite drauf, weisheit.ghost-habermann.de Und da sind in der letzten Zeit, in diesem Jahr, im Jahr davor, verschiedene Videos rausgekommen zu verschiedenen Themenbereichen aus dem KI-Sektor. Ja, unter anderem hier Künstliche Intelligenz zwischen Faszination und Ernüchterung. Ja, das ist ein Live-Vortrag, wobei ich die Tonspur mit RN Neuss nachbearbeitet habe. Jedenfalls zum Teil, damit man es besser verstehen kann. Dann kochen mit KI, was soll da schon schief gehen? Ich habe mir Lasagne-Rezepte generieren lassen und lese die dann vor. Das ist eine mehr humoristische Folge, wo Dinge drin vorkommen, die man wirklich nicht in der Lasagne haben möchte. Das war es dann auch mit diesem Video. Entweder ihr habt es quasi live das erste Mal bei den Tux-Tagen gesehen oder irgendwann später aus der Konserve. Wenn ihr es gerade live bei den Tux-Tagen seht, viel Spaß noch bei den Tux-Tagen. Und es gibt dort auch viele weitere tolle Vorträge und Videos. Und guckt auch hinterher im Tux-Tage-Kanal mal nach. Da gibt es wirklich alles nochmal zum Nachgucken. Ansonsten abonniert auch gerne meinen Kanal. Da gibt es sehr viel mehr zu künstlicher Intelligenz und zu weiteren Themen, die aus meinem beruflichen und privaten Alltag kommen. Und sehr viel zum Thema Linux Open Source und alles Mögliche. Und mich gibt es zum einen auf YouTube und auf Peertube. Für alle, die kein YouTube mögen. Und alle Informationen bekommt ihr hier oder scannt diesen QR-Code. Und ja, viel Spaß und bis dann und tschüss.